Ja, ich bin hier im WDR Funkhaus und habe dieses Privileg, hier wunderbare Stineway-Instrumente auszuprobieren. Das ist wirklich Deluxe-Zustand und ich genieße das total zwischen drei unglaublich guten Stineways auszuwählen. Und ich habe mich jetzt nämlich für dieses entschieden. Das ist ein wunderbarer Klang. Der Flügel hatte einen wunderbaren Klang, sowohl offen und herzlich und auch sehr spannungsvoll, also spannungsvolle Harmonien, die sich wunderbar mischen, was zum Beispiel für Strauß einfach unglaublich gut passt. Auch fantastische, lange und so richtig singende Bässe und Mitterlage, also wirklich phänomenal und genug Brillanz und sowohl einfach ein warmer, großer Klang, als auch ein zurückhaltender Klang oder sage ich mal einen Klang wie mit einem Pinsel, was nur einen Hintergrund malt, was zum Beispiel für Fureys Musik unglaublich gut passt. Und ein...